Ein Ford Car steht hier zum Verkauf. Der wendige graue Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Willkommen in der Dienste Woche. Willkommen in der Dienste Vorbess zelf. Willkommen in der Dienste Woche. Ich bin schon jetzt eingefallen. Bad Ramress. Vielen Dank.